Hallo Freunde, willkommen zurück hier bei unserem Channel. Ich bin Marki, ich bin Miri und heute sind wir auf dem Weg zu einer Challenge. Wir wollen schauen, wer kann länger hängen? Ich oder du? Wollen wir mal schauen, was drinnen ist? Wir haben uns hier herbegehebt auf dem Park in Niederdorf und jetzt gehen wir mal reinhängen in die Situation. Einmal dehnen, Freunde hier in der Dehnuance, sehr wichtig, allgemeine Beweglichkeit, Dehnfähigkeit, sehr gut. Hier auch der Chiller am Start. Beispiel. Gefällt uns sehr gut hier. In Niederdorf. Hier ein wenig etwas für die Kinder. Hier ist das Grösst, wo wir jetzt dranhängen. Was ist sonst noch? Wichtiges, ein paar Springböcke. Springböcke oder Crunch zu machen. Und hier, was ist das hier? Gleichgewicht? Gleichgewicht. Wir alle sind hier etwas dabei. Hier haben wir einen Balldance. Ja, was? Prüfung bestanden. Jetzt wird gehangen. So, Freunde, hier haben wir den Timer, den wir jetzt aktivieren werden. Und dann müssen wir schnell rüberlaufen. Du kannst schon mal rübergehen. Ich komme gleich nach. Okay, Freunde. Wer hängt länger an der Stange und los geht's. Okay. Und dann geht's weiter. Ich komme einfach zu schützen. Und dann geht's. Und dann geht's. Wโftritt. Wenn das Jongekott ist. Und dann geht's. Ja! Gleich eine Minute! Ich bin zu schwer für die ganze Scheisse! Hi! So, Freunde, wie ihr gesehen habt, ich habe gleich abgebrochen! Ich habe momentan 97 Kilo, nichts los! Wie tun die Hände? Nicht mal zwei Minuten, was ist das für eine Leistung! Aber klar, als fette Sau! Wie lange willst du es schaffen, nicht? Freunde, das war's schon wieder! Probiert ihr es mal aus! Auch sonst gesund mal reinhängen, aushängen lassen! Und lasst es uns wissen, wie lange ihr es habt! Genau, lasst ihr es sowieso nicht! Freunde, haut rein! Ciao!